Musik Der heutige Vortrag wird äußerst spannend werden. Es ist eine wirklich tiefgründige Sache, denn es geht heute um das Thema, dass wir alles sofort verändern können. Es wird wirklich dich umhauen. Es ist mir bewusst, dass viele Menschen diese Frage stellen, kann ich mich wirklich verändern? Also heute solltest du wirklich Notizen machen über diesen Vortrag. Lass uns ganz kurz zusammenfassen, was wir bisher getan haben in unseren zwei Vorträgen. Erinnert euch an die drei Prinzipien, nämlich die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Dass man Verantwortung für sein Leben übernimmt. Und dass wir uns erinnern, Müll hinein, Müll heraus. Wenn man gute Dinge in seinen Kopf hinein lässt, dann werden auch gute Taten und gute Entscheidungen folgen. Im zweiten Vortrag haben wir zwei Kräfte angeschaut, die größtenteils unser Verhalten steuern. Das ist zum einen die Notwendigkeit, das Bedürfnis Enttäuschung und vor allem auch Schmerzen zu vermeiden. Und aufgrund dieses Prinzips treffen wir oft Entscheidungen. Es ist meistens nur eine Reaktion, es ist nicht durch einen intelligenten Prozess hervorgerufen. Die zweite Kraft ist das Verlangen, Freude und Vergnügen zu erlangen. Und es ist gut, diese Vorstellung davon zu haben und es ist wichtig, dass wir unsere Assoziation mit negativen Dingen hier verbinden. Wir haben gelernt, dass wenn wir wissen, dass eine Sache schlecht für uns ist, dann müssen wir so viele negative Assoziationen damit verbinden, wie nur möglich, damit wir dann eine richtige Entscheidung fällen können. Wenn wir also diese mentale Assoziation gemacht haben, besteht die nächste Herausforderung, mit unserem Willen auch wirklich entsprechend zu handeln. Viele Menschen haben versucht, diese mentale Assoziation herzustellen. Sie wissen ganz genau, dass es verkehrt und falsch ist. Sie haben es versucht, aber irgendwie fallen sie trotzdem immer wieder und immer wieder. Wie ist es möglich, dass erfolgreiche Leute, intelligente Leute, Leute, die in der Unternehmenswelt wirklich Erfolg haben, immer noch schlechte und lausige Entscheidungen treffen? Das eigentliche Thema ist der menschliche Wille. Der Grund, warum so viele Menschen keine Veränderung in ihrem Leben herbeiführen können, ist, weil sie immer versuchen, ihr Verhalten, also nämlich den Effekt zu verändern, statt die eigentliche Ursache anzugehen. Die Wurzel und die Ursache von all dem ist nämlich der menschliche Wille. Und wir haben gesehen, dass der Wille geschwächt ist. Du weißt ganz genau, wovon ich spreche. Es gibt dort so viele Zeitschriften voller Müll und Unsinn bezüglich irgendwelchen Filmstars oder irgendwelchen Sternchen und Stars. Da geht es darum, wie berühmte Leute vielleicht eine Affäre hatten oder sich haben scheiden lassen. Das alles kann man an Kioskständen lesen. Und viele Menschen lieben es, diese ganzen Magazine zu lesen. Und einige dieser Menschen, die es dort geht, sind intelligente Menschen. Die wissen auch, dass es verkehrt ist, eine Affäre zu haben. Aber es passiert doch immer und immer wieder mit ihnen. Also das Wissen ist offensichtlich nicht genug. Es ist der menschliche Wille. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Thema heute hier besprechen. Die Bibel, die Quelle unserer Weisheit, sagt uns in Römer 3, Vers 23. Es heißt hier, sagt die Bibel, denn alle, nicht nur einer oder wenige oder die Mehrheit, nein, die Bibel sagt, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also Sünde hat zu tun mit der gefallenen Natur. Die Bibel beschreibt Sünde sehr einfach in 1. John 3, Vers 4, dass Sünde die Transgression der Gäste, der Gäste, der Gäste. Die Beschreibung der Sünde finden wir sehr einfach dargestellt in 1. Johannes 3, Vers 4. Dort heißt es nämlich, dass die Sünde die Übertretung des Gesetzes ist, oder die Gesetzlosigkeit. Das Gesetz Gottes in diesem Buch beschreibt nämlich die Prinzipien, wie man das Leben bewältigen und meistern kann. Wenn wir dieses Prinzip brechen und dem wieder zuwidergehen, dann sündigen wir. So, the Bible goes on to say in Jeremiah 17, Vers 9, a very profound thought, which summarized what we have been discussing. Die Bibel sagt weiter in Jeremiah 17, Vers 9, in einem sehr tiefgründigen Gedanken, der all das zusammenfasst, was wir bisher besprochen haben. It says, the heart is deceitful above all things. Our heart, our will, our mind is deceitful and is desperately wicked. Who can know it? Es heißt, der überaus trügisch ist das Herz, also unsere Gedankenwelt, unsere Gesinnung und bösartig. Wer kann es ergründen? So, Johnny, you painted a very, bleak picture here. Also, Johnny, das ist jetzt wirklich sehr düsteres Bild gezeichnet. Einige fragen sich jetzt vielleicht von euch, also so schlimm bin ich ja nun auch nicht, oder? Aber ich kann dieses Ernährungsproblem nicht wirklich überwinden. Aber generell gesprochen bin ich doch eigentlich eine gute Person. Ich kann vielleicht mit meinem Temperament nicht wirklich umgehen und werde immer wieder ausfallen und die Worte kommen aus meinem Mund heraus. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ganz in Ordnung. Ich glaube, ganz oft versuchen wir, uns selbst zu rechtfertigen. Die Bibel ist sehr deutlich. Unser Herz ist böse. Wir wollen eine neue Person werden. Möchtest du nicht ein Leben leben, das erfolgreich ist und das immer mehr zunimmt? Du möchtest dich verändern. Und ja, du kannst heute das Prinzip lernen, wie du dich sofort verändern kannst. Lass mich euch eine Frage stellen. Wer von euch würde zustimmen, wenn ich sagen würde, dass wir alles in unserem Leben sofort in einem Moment und zwar jetzt gleich ändern können? Wer von euch würde zustimmen? Also ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich keine große Mehrheit zustimmen würde. Vielleicht nur eine kleine Minderheit. Warum? Es gibt zwei Gründe. Ganz oft liegt es daran, dass wir es bereits oft versucht haben und versucht haben und wir haben versagt und dann sagen wir aufgrund der Erfahrung, es ist unmöglich. Wir haben das schon über Jahre versucht und diese Zeit ist so lange gewesen. andere sagen als Grund, es ist halt eine kulturelle Sache. Denn die Welt sagt uns, wenn du sofort dich verändern kannst, dann ist das ja ein Beweis dafür, dass du dieses Problem eigentlich gar nicht wirklich gehabt hast. Wir sind so skeptisch. heute möchte ich dir Gottes Weg zeigen, der Veränderung. Und wenn du dieses powerlige mit denen du zu kämpfen hast. Lass uns ein bisschen über Untersuchungen sprechen, die man über das menschliche Gehirn gemacht hat. Es gab einen Artikel, der im Time Magazine erschienen ist. Die Überschrift ist das Gehirn, wie das Gehirn sich immer wieder selbst neu zusammensetzt und zusammenschließt. Das war ein Experiment an der Harvard Medical School. In Harvard Medical School die Neuroscientisten und da haben Neurowissenschaftler Personen, Freiwillige in das Labor gebracht. Man hat sie fünf Tage lang jeweils zwei Stunden dort zusammengebracht. Und man hat jedem Freiwilligen den exakt genau gleichen Song, das gleiche Lied auf einem Klavier für zwei Stunden vorgespielt. Und man hat dieses Lied immer und immer wiederholt, zwei Stunden lang und das fünf Tage hintereinander. Und die Neurowissenschaftler haben dann ein Überprüfungsgerät an das Gehirn angeschlossen. Die Überprüfungsmethode heißt TMS, Transkarniale Magnetische Stimulation. und es überprüft vor allem den Frontallappen, den moralischen Frontallappen. Und man hat dann festgestellt, dass in diesem Abschnitt des Gehirns Lichter zu sehen waren und dort Verknüpfungen stattgefunden haben. Es war fast dort auch an dieser Stelle des Gehirns, wie Frühlingsblumen aufgepoppt sind an einer hügeligen Landschaft. Je mehr man da gespielt hat am Klavier, desto mehr waren diese Frühlingsblumen dort. Und diese Neurowissenschaftler haben dann gesagt, wir wollen etwas anderes ausprobieren. Wir wollen eine andere Gruppe von Freiwilligen jetzt holen. Sie alle wissen, wie man das Klavier bedient und spielt. Aber hier sollten es nicht Leute sein, die selbst Klavier spielen, sondern die zwar Klavier spielen können, aber zwei Stunden lang nur über diese Musik, die sie spielen würden, nachdenken. Und sie sollten fünf Tage lang, jeweils zwei Stunden die Woche, sich die Musik nur vorstellen und waren unter dieser selben Überprüfungsmaschine. Und zur großen Überraschung der Neurowissenschaftler war der Effekt auf das Gehirn der exakt selbe, wie bei jenen, die das Klavier tatsächlich bedient hatten. Auch bei ihnen war es so, dass in diesem Teil des Gehirns diese symbolischen Frühlingsblumen gewachsen waren. Neuroscientist Alvaro Pasqualeone machte diese Aussage. Und einer der Wissenschaftler, Alvaro Pasqualeone, machte folgende Aussage. Hier ist ein Zitat, was noch erstaunlicher war, ist die Entdeckung, dass mentales Training die Kraft hat, die physische Struktur des Gehirns zu verändern. Diese Untersuchungen haben die alte Tradition weggefegt, dass man, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, das Gehirn sich nicht mehr verändert. Mental Denken, mentale Übung kann tatsächlich die physische Struktur unseres Gehirns verändern. Es ist das Denken, die Gesinnung, das Gehirn, das die Quelle sofortiger Veränderung ist. Unser Gehirn ist wirklich erstaunlich. Es ist wie ein Supercomputer. Das Gehirn ist nicht festgefügt in seiner Form und Struktur. Wenn es am Arbeiten ist, dann bilden sich sogenannte Neuro-Pfade. Und wenn man zum Beispiel Klavier spielt, dann werden in diesem Bereich Pfade gebahnt. Aber selbst wenn man darüber nur nachdenkt, werden dieselben Pfade gebahnt. Es ist keine Überraschung, die Wissenschaft hat nur endlich das eingeholt, was die Bibel schon lange in diesem Weisheitsbuch sagt. Schon über 2400 Jahre zuvor hat die Bibel genau darüber gesprochen. Die Bibel hat gesagt in Jeremiah 31 Vers 33 Ich werde meine Regeln oder meine Lebensprinzipien in ihre Gehirn und in ihre Hörungen Ich werde sein Gott und sie werden meine Menschen. Dort sagt Jeremiah in Jeremiah 31 Vers 33 Sondern das ist der Bund den ich mit dem Haus Israel nach jeden Tagen schließen werde. Ich will mein Gesetz also meine Prinzipien wie man das Leben bewältigen kann in ihr Innerstes hineinlegen und das auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein soll mein Volk sein. Das Wort hier das für Schreiben steht sollte im Hebräischen eigentlich ganz buchstäblich übersetzt werden mit Einritzen oder Eingravieren. Wenn man jetzt eine Bronzeplatte hat und dort seinen Namen eingravieren möchte, dann muss man immer und immer wieder über dieselbe Stelle gehen, um diese Gravierung wirklich herzustellen. Die Bibel macht also deutlich, dass wir etwas in unser Gehirn hineingravieren können. Da ist Wahrheit in diesem Buch. Es ist so erstaunlich zu wissen, dass Gott uns geschaffen hat und er genau weiß, wie wir funktionieren. in Sprüche 7 und dort Vers 3. Und wir haben ja schon einige studiert aus diesem Weisheitsbuch der Sprüche. Es sind 31 Kapitel und wenn du Zeit hast, dann lies ein Kapitel pro Tag. Du wirst viel Weisheit erkennen und mehr noch lernen dürfen als Nachbereitung dieser kleinen Vortragsreise. Es heißt in Vers 3 Binde sie um deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Wiederum geht es hier um das Eingravieren auf das Denken, auf unser Gehirn, die Tafel des Herzens. Lasst uns weiter anschauen, was die Wissenschaftler uns über das Gehirn zu sagen haben. Also unser Gehirn kann 30 Milliarden Informationen, also Bits von Informationen pro Sekunde verarbeiten und das sind mehr als 6000 Meilen von Kabeln sozusagen. Es gibt 28 Milliarden Neuronen, die dort untergebracht. Es ist einfach unfassbar, was dort vor sich geht. Dieses kleine Ding in unserem Kopf hat all diese Nervenfasern. Gehirn hat die Fähigkeit, wenn man tiefer hineingeht, dann kann man noch mehr erkennen. Wenn man mit einem großen Mikroskop dort hineingeht, dann sieht man diese 28 Milliarden Neuronen, die diese Pulse abgeben. Und diese Nervenzellen, die geben diese Impulse ab. Und sie übertragen Informationen. Und das jetzt 15.000 Mal das vergrößern. Wenn man das 15.000 Mal vergrößert, dann sieht man diese Pfade jetzt im Gehirn. Und Wissenschaftler haben gezeigt, dass wenn man eine bestimmte Handlung gedanklich immer wieder praktiziert, dann wird dieser Pfad dicker und dicker und dicker. Also diese Pfade sind am Anfang vielleicht nur schmale Wege, dann werden sie vielleicht zu großen Straßen, zu Bundesstraßen, schließlich zu Autobahnen, die immer größer werden und dann entsprechend Gehirn geht. Und Elektrizität fließt durch diese Pfade hindurch. In den letzten 20 Jahren haben wir mehr über das Gehirn gelernt als jemals zuvor. Wir haben auch herausgefunden, dass diese Pfade das Gedächtnis beinhalten über die Dinge, die wir vorher getan haben in der Vergangenheit. Alles, was wir gesehen, alles, was wir gerochen, alles, was wir betastet haben und gehört, haben wir dort im Gehirn abgespeichert. Diese Neuro-Pfade sind genauso real wie deine Haut oder deine Haare, sie existieren wirklich dort. Zum Beispiel, schaut, wie dieser Pfad sich ausbreitet, wenn man eine bestimmte Handlung immer und immer wieder getan hat. Wenn wir etwas immer und immer wieder getan haben, dann nennen wir es eine Gewohnheit. Lass mich euch fragen, als du ein Kind warst, da hat dir jemand beigemacht, wie man die Schnürsenkel bindet. Als Kind musste man noch viel mehr darüber nachdenken. Also den links und dann rechts herum und dann muss man das zusammenbinden und dann hat man das. Heute denkst du nicht mehr darüber nach. Du kannst deine Augen schließen und immer noch deine Schnürsenkel binden. Warum? Weil in unserem Gehirn bereits diese Neuro-Pfade fest angelegt sind. ist eine Gewohnheit. Und in deinem Gehirn sieht das ungefähr so aus. Dein Gehirn erinnert dich zum Beispiel an einen bestimmten Geschmack. Kannst du dich erinnern wie ein Kuchen von wirklich schwarzer Schokolade schmeckt? Ich glaube ja. Dein Gehirn kann das quasi visualisieren. Dein Gehirn hat diese Information abgespeichert. Du weißt, wie es aussieht. Wer von euch kann sich erinnern wie eine Rose riecht? Kannst dich daran erinnern? dieser ganz wunderbare Duft, der da uns entgegenkommt. Wir können uns das vorstellen, weil es in unserem Gehirn bereits abgespeichert ist. Wie ist das mit Bildern? Können wir zum Beispiel das Bild einer wunderbaren tropischen Insel visualisieren? Ich bin mir ganz sicher, du kannst das. Du kannst das diese Bilder vorstellen. Das menschliche Gehirn ist wirklich erstaunlich. Über all die Jahre kann es diese Information speichern und gefangen halten. Und je mehr man da hinein nimmt, desto mehr wird in das Gehirn hineingraviert. Wenn man hineingraviert, wird es dicker und dicker und dicker und dicker. Wenn unser Verstand beginnt, eine neue Entscheidung zu fällen, einen neuen Weg, dann ist das, weil wir einen neuen Pfad hineingravieren. Denk mal an ein Kind. Was wird in ihr hineingraviert? sie schauen sich zum Beispiel Fernsehen an. Die schreckliche Tatsache ist, dass sie 400.000 Ecken von Verbrechen und Verbrechen und alles, die negativ haben. Also, die schreckliche Tatsache ist, wenn ein Kind 18 Jahre alt geworden ist, hat es ungefähr 400.000 Gewalttaten und Verbrechen gesehen. Es sind 400.000 solcher Pfade, die hineingraviert worden sind in das Gehirn. Es ist also kein Wunder, wenn Kinder mit Zeichentrickfilmen aufwachsen, wo die Hauptdarsteller gegenseitig bekämpfen. Dann geht es los mit Tom und Jerry und Bugs Bunny und dann geht es später zu den Ninjas. Und dann geht es zu Kriegsspielen und zu anderen Dingen und irgendwann werden sie Gewaltfilme anschauen. Sie werden immun gegen diese Sachen. Und es kommt zu dem Punkt, dass sie irgendwann denken, es ist gar nichts falsch daran. Hat es dich nicht überrascht, dass in dem Fernsehen immer wieder Nachrichten hören von Schülern, die ihre Lehrer abschießen und Gewaltverbrechen verüben? Einige dieser Zeichentrickfilme schauen so harmlos aus, aber sie gravieren etwas in das Gehirn unserer Kinder hinein. und das führt dann zu solchen Zeitungsreportagen. Ein jemand mit einer Waffe hat 26 Kinder in der Schule umgebracht. Was in unserer Gesellschaft passiert, lässt sich zurückverfolgen auf die eigentliche Wurzelursache. Was ist eben Denken? Wenn man einen Gedanken sät, dann erntet man eine Handlung. Wenn man eine Handlung sät, dann erntet man eine Gewohnheit. Wenn du eine Gewohnheit sätst, erntest du einen Charakter. Wenn du einen Charakter siehst, dann wirst du ein Schicksal ernten. Ich bin sehr besorgt über das Schicksal unserer jungen Leute und vor allem auch der Kinder mit Bezug auf das, was sie sich anschauen. Wenn du Kinder hast, solltest du ganz ernsthaft darüber nachdenken, was werden die Kinder sich anschauen und was wird in ihr Gehirn hineinkommen. Mit Internet und Smartphone Technologie heute müssen wir wissen, was wir in unseren Gehirn dem Internet und den Smartphones heute sollten wir wirklich wissen, was wir in unser Gehirn hineinlassen. Das Erschreckende und das Angstmachende ist, dass dort Pfade immer dicker werden, wenn sie gefüttert werden. Obwohl das von der negativen Seite aus wahr ist, ist es genauso wahr auch für den positiven Ausblick. Wenn du positive Dinge hineinlässt und diese positiven Dinge wiederholst, dann werden positive Pfade gebahnt. Der Schlüssel zur sofortigen Veränderung ist, diese negativen Neuropath Pfade zu brechen und stattdessen positive Pfade zu bahnen. Wenn wir das nicht brechen, wird es immer wieder kommen und kommen und kommen. Es ist also kein Wunder, dass Menschen mit Gewohnheiten, die sie eigentlich abgeben wollen, immer wieder noch kämpfen. Sie wollen das Trinken zum Beispiel aufgeben oder das Drogen nehmen oder das Rauchen oder die Gewohnheit einfach aus Impuls heraus Geld auszugeben. Und wir kämpfen damit, weil wir keine neuen Pfade bahnen. Und wenn man also die alten Pfade brechen will, haben Wissenschaftler Folgendes herausgefunden. Man hat herausgefunden in Studien, dass wenn man eine bestimmte Pfade 20 Mal unterbricht, dann wird diese Gewohnheit aufhören. Wollen wir mal Sprüche 23 Vers 7 aufschlagen, dass solche Weisheit in den Kommentaren hier 23 7 Denn wir in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. Was wir in unseren Gedanken denken, das formt unsere Identität. Und wir denken und denken und denken eine Sache immer wieder und glauben und sagen das bin ich. Wenn du denkst, ich kann das Rauchen nicht aufgeben, ich kann das Trinken nicht aufgeben, ich schaffe das einfach nicht, dann formst du eine Identität wie du bist. Hast du Menschen getroffen, die ziemlich negativ sind? Wenn du mit ihnen redest, haben sie immer etwas Negatives zu sagen. zum Beispiel wenn es wunderbar sonnig ist, dann werden die sagen, es ist sonnig, aber es ist einfach zu heiß. Aber wenn es Winter ist und finster und dunkel, dann beschweren sie sich auch. Hast du schon Kollegen getroffen, die so sind? Es ist sehr ermüdend, mit Menschen zu reden, die immer nur negativ sind. Hier ist die Herausforderung, sie reagieren eigentlich nur. Es ist nur eine Gewohnheit. Sie brechen diese Pfade nicht. Sie formen keine neuen Pfade. Ein befreundeter Arzt hat mir Folgendes gesagt, eine Sache, die du tun kannst. Er hat folgendes vorgeschlagen. Versuch mal zwei Wochen lang nichts Negatives zu sagen. Und besorg dir jemanden, dem du Rechenschaft ablegen musst darüber. Vielleicht dein Ehemann, deine Ehefrau oder auch deine Kinder, wer auch immer. Und wenn du was Negatives sagst und das herauskommt, dann musst du nochmal bei Null anfangen und nochmal zwei Wochen von vorne beginnen. Die Bibel gibt uns also Weisheit hier. Es geht nicht darum, den alten Pfad zu brechen, sondern dort neue Pfade stattdessen einzusetzen. Wenn du schlechtes Denken und schlechtes Reden brechen möchtest und nicht mehr das tun möchtest, tu etwas Positives in dein Leben hinein. Fang an vielleicht gute Musik anzuhören. Wo es wirklich schöne Musik ist und schöner Text dazu. Vielleicht eine klassische Musik oder etwas in der Richtung. Gute christliche Musik zum Beispiel. Lies das Buch der Sprüche. Lies jeden Tag. Diese guten positiven Dinge werden neue Pfade für dich bahnen. Das ist ein gut ausgetrampelter Weg, auf dem schon viele Wanderer gelaufen sind. Das ist eine Illustration für unsere Neuropfade. Aber wenn man aufhört zu gehen, dann wird es einfach überwuchern. Und irgendwann ist dann der Pfad geschlossen. Also Veränderung ist keine Frage der Möglichkeit, sondern eine Frage der Motivation und der Kraft. Viele Menschen wollten Veränderung in ihrem Leben, aber sie haben realisiert, dass es wirklich ein Kampf ist. Es geht nicht darum, wie viel Geld ich dazu habe. Es geht nicht darum, welchen sozialen Status ich habe. Es geht darum, die richtige Motivation und die richtige Kraft zu haben. Und den menschlichen Willen zu haben, der Kraft hat. Ich möchte das illustrieren. Ich kenne einen guten Sprecher, sein Name ist Nick Vucic. Vielleicht kennst du diese Person. Vielleicht gibt es einige, die diese Person nicht kennen. Er sagt, ich liebe das Leben und ich bin glücklich. Er wurde vor 30 Jahren geboren, ohne Arme und Ohrme Beine. Er wurde mit einer seltsamen Krankheit geboren und die Eltern waren so geschockt, dass ihr Kind keine Arme und keine Beine hat. Als er jung war, wurde er von seinen Freunden gehänselt. Er dachte, sein Leben hat keinen Sinn und keinen Zweck. An einem bestimmten Zeitpunkt seines Daseins als Kind wollte er sich selbst umbringen. Er dachte, es gibt keinen Sinn in seinem Leben. Warum lebe ich ein Leben ohne Gliedmaßen? Als er allerdings 15 Jahre alt wurde, er lernte er etwas über die Weisheit der Bibel und die Weisheit Gottes. er akzeptierte die Liebe, die Gott ihm geben wollte. Er hat zugegeben, dass ohne Gott er nichts ist. Er hat sein Leben Gott übergeben und Gott gesagt, du hast einen Plan für mich. Nick Wutschick hat sein Leben Gott übergeben. Und als sein Leben Gott übergeben hat, hat er den Sinn gesehen und den Zweck, den Gott für sein Leben vorgesehen hat. Er hat die Lebensprinzipien des Wortes Gottes in seinem Leben angewendet. Heute ist einer der führenden internationalen Sprecher in der Welt. Er hat in 44 Ländern gesprochen. 2000 Mal zu jungen Leuten. Und er hat ihnen Mut gemacht, dass sie einen Wert haben, den Gott für sie geschaffen hat. Veränderung hängt nicht von dem Vermögen ab. Es geht viel mehr darum, ob wir die Motivation dazu haben und die Kraft der Liebe Gottes. Vielleicht hast du schon so lange versucht, diese Veränderung vorzunehmen. Und du beschuldigst alles andere. Oh, ich bin vielleicht nicht so reich wie diese Familie, deswegen kann ich mich nicht verändern. Oh, ich wurde in dieser Familie geboren, nicht in dieser, deswegen ist es nicht möglich. Ich komme aus jenem armen Stadtteil und nicht aus dem reichen Viertel. Wir beschuldigen alles andere. Wir beschuldigen unsere Lehrer, unsere Eltern, immer die anderen. Today I want to stress that change is not about your circumstances or your environment but it starts with you. Ich möchte heute betonen, Veränderung hat nichts zu tun unbedingt mit deiner Umgebung oder den Umständen, sondern es beginnt mit dir. Möchtest du Veränderung? Wenn du diese Veränderung wirklich erleben möchtest, dann brauchst du auch diese Kraft, die dir helfen wird, jener Veränderung vorzunehmen. eine Person, die über diese Veränderung gelehrt hat vor ungefähr 2000 Jahren. Jesus hatte eine Veränderung in seinem Leben sozusagen. Er hat den Himmel verlassen und kam auf die Erde. Er hat den Thron der Herrlichkeit verlassen und kam als ein Mensch hat die Form eines Knechtes angenommen und er kam, um die Liebe Gottes zu demonstrieren. Gott hat einen Zweck und einen Sinn und eine Absicht mit deinem Leben. Und wenn man diese Absicht erkannt hat, ist das so profund und so tiefgründig. Jesus the Son of Man came to seek to save the loss you and me. In Lukas 19 Vers 10 heißt es, Jesus, der Sohn Gottes, kam, um das zu suchen, was verloren ist und zu retten. Du hast bemerkt, dass du immer wieder durch eigene Kraft, durch eigene Bemühungen Veränderungen erleben wolltest und es hat nicht funktioniert. Du brauchst Gottes Hilfe. Du brauchst das Gott übergeben. Du hast diese Gewohnheit, diese Sucht schon so lange bekämpft. Du hast alle Therapien durchprobiert. Du hast alle Beratungsangebote in Anspruch genommen. Aber dir fehlt die Kraft. Und die Kraft kommt, wenn Christus in unserem Leben ist. wenn wir an dieser Kraft festhalten, die Gott uns gegeben hat. Jesus kam, um uns zu suchen. Er kam besonders für uns, die wir verloren waren. 2. Korinthians 5, 17 ist einer meiner Lieblingsversen der Bibel. 2. Korinthians 5, Vers 7 ist einer meiner absoluten Lieblingsversen in der Bibel. Es heißt hier darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das alt ist vergangen, siehe es ist alles. Neu gewonnen. Wenn wir diese Entscheidung fällen, dass Christus in uns sein soll und wir in Christus, dann werden all die alten Dinge weggetan werden. Wir werden eine neue Schöpfung sein. Wir müssen jetzt diese alten Probleme nicht mehr aus eigener Kraft bekämpfen, denn Gott gibt uns neue Dinge, über die wir nachdenken können, die wir wertschätzen dürfen. Dieses Neue hier ist nicht einfach nur eine Verbesserung, es ist absolut, total neu. Gott möchte unser Denken erneuern. Der neue Mensch beginnt in deiner Gesinnung und deinem Denken. Und dass Gott uns plötzlich sofort verändern kann, das dürfen wir im Glauben akzeptieren. Es gibt drei einfache Schritte. Und ich möchte diesen Vortrag noch einmal sehr praktisch jetzt hier machen. Das Erste ist, dass wir zugeben müssen, dass aus eigener Kraft wir es nicht tun können. Wir haben so lange dagegen angekämpft, aber wir schaffen das nicht. Wir müssen verstehen, dass alle gesündigt haben und uns an der Herrlichkeit verfehlt haben, die vor Gott allein gilt. unser zweiter Schritt ist, dass wir glauben müssen. Und zwar glauben, dass Gott in Jesus zu uns gekommen ist, um diese Liebe uns zu zeigen und modellartig vorzuleben. Wenn wir zugeben, dass wir Sünder sind, dann fangen wir an, diese alten Pfade zu brechen. Und wenn wir glauben, dann formen wir neue Pfade in unserem Gehirn. Wir beginnen, die Liebe Gottes zu uns zu Wir beginnen, die Kraft, die Gott für unser Leben hat, anzunehmen und zu empfangen. Wir glauben, weil wir jeden Tag im Wort Gottes der Bibel lesen. Das wird ganz neue Pfade in unserem Gehirn formen. Das Wort Gottes gibt uns all diese Verheißungen und die ermutigenden Worte. Das sind die Worte des Lebens. Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Worte Gottes. Dein Glaube wird wachsen. Nicht, weil du an etwas glaubst, was ohne Grund ist, sondern an ein Buch, das über und immer wieder gewesen worden ist. Jesus kam vor 2000 Jahren um die Liebe Gottes zu demonstrieren, nicht einfach nur darüber zu sprechen, sondern sie wirklich darzustellen. Und der letzte und finale Schritt ist der Schritt etwas in Anspruch zu nehmen. Römer 8 Vers 14 Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Du bist nicht auf dich selbst gestellt. Du kannst den Anspruch nehmen, Gottes Kind zu sein. Du bist Teil dieser königlichen Familie. Du bist nicht einfach der Abschaum der Gesellschaft. Du hast einen Wert. Gott hat dir einen Sinn gegeben und auch eine Identität. Dein Denken kann geändert werden. Und zwar in dem Moment, wo du zugibst, wo du glaubst und wo du in Anspruch liest. Und wenn du jeden Tag etwas akzeptierst und das glaubst oder Anspruch nimmst. Wenn du die Weisung Gottes mehr und mehr deinem Leben in Anspruch nehmen wirst, wirst du positive Pfade in deinem Gehirn formieren. Und diese positiven Pfade werden dann positive Handlungen nach sich ziehen. positive Entscheidungen werden ein positives Verhalten verursachen. Und all das durch die Kraft Gottes. Ich habe eine Freundin, ihre Name ist Sue. Sue kommt aus dem Nordosten Chinas. Sie kam aus einer sehr gut situierten und vor allem gut erzogenen Familie. Eine Familie, die hart gearbeitet hat. Sie hat eine gute Ausbildung bekommen, wurde dann an der Universität ausgebildet und ging dann als Professorin dort an die Uni. geheiratet. Und beide waren sehr fest in ihrer Karriere etabliert und waren sehr glücklich. sie waren in einem atheistischen Land aufgewachsen und es war ihnen nur möglich ein Kind zu bekommen. Das war ihnen erlaubt. Ihr Verständnis zu der damaligen Zeit war, dass wenn ich noch hart genug arbeite und fleißig bin, dann werde ich genug Geld haben und fröhlich sein und glücklich sein. Ihr einziges Kind war eine Tochter. Und die Tochter war die Freude ihres Lebens. Und als die Tochter dann älter wurde und so weiter führen und Schule ging, da wollten sie, dass ihre Tochter jede Gelegenheit bekommt. Und all ihre Aufmerksamkeit und all ihr Reichtum waren jetzt auf diese Tochter fixiert. Sie haben ihre Tochter an eine absolute Top Privatschule in Australien gesandt. Und als dann die Tochter nach Australien kam, um dort zur Schule zu gehen. Da wurde die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau schlechter. Beide waren so beschäftigt auf der Arbeit. Und weil die Frau nicht mehr wirklich gefühlt hat, dass der Mann sie liebt, hat sie gesagt, gesagt, ich werde mir Zeit nehmen und mit meiner Tochter in Australien verbringen. Und so kam sie nach Australien, aber die Tochter hatte mittlerweile selbst Freunde und hat nicht so viel Zeit mit der Mutter verbracht. Und Sue wurde jetzt ziemlich deprimiert und bekam eine Depression. Die Beziehung zum Ehemann ist nicht besonders rosig zurzeit. Ich habe zwar eine gute Position und gutes Geld und gute Karriere, aber das alles reißt unsere Beziehung auseinander. Und ich habe mir Zeit genommen, meine Tochter zu besuchen, auch meine Tochter ist zu beschäftigt. Sie war wirklich niedergeschlagen. Und eines Tages ist sie ganz ohne Ziel und Absicht durch die Stadt gelaufen. Und sie hat jemanden aus meiner Gemeinde getroffen. Sehr netten Mann. Und dieser freundliche alte Mann, sein Name ist John. Hat er sie dort in den Straßen der Stadt getroffen. Sie hat dort gesessen und war traurig und wirklich in Tränen aufgelöst. Und John hat sie einfach groß angerechelt und sie eingeladen mit zur Gemeinde zu kommen. Sue kam in die Gemeinde einfach um einige neue Freunde kennenzulernen. Und als sie zur Gemeinde kam, hat sie angefangen solche Bibelklassen zu besuchen. Ich kann mich noch erinnern, als sie zum ersten Mal zum Unterricht kam, hat sie gefragt, was ist das denn für ein Buch? Sie ist in einem Land aufgewachsen, wo Religion nicht gefördert wird und nicht anerkannt ist. Sie hat sich das Copyright angeschaut und gesagt, das ist ja wirklich ein altes Buch. Und sie sagt, warum lest ihr so alte Bücher hier? Und sie sagt, ich bin ein Professor, wir sollten die letzte neuste Ausgabe bekommen. So ist es hier an der Universität, man braucht die besten Forschungsergebnisse und die neuste Auflage. Wir haben ihr gesagt, das ist nicht einfach irgendein Buch. Das sind die Worte Gottes. Okay, ich werde es versuchen. Sie hat von vorne bis hinten durchgelesen. In drei Monaten hat sie die ganze Bibel durchgelesen. Also es ist kein Wunder, sie ist eine Professorin, sie mag es, sie liebt es zu lesen. Je mehr sie die Bibel liest, desto mehr sah sie die Liebe Gottes dort demonstriert in der Bibel. Und sie sah, wie Jesus seine Liebe in der Bibel offenbart hat. Und sie hat herausgefunden, dass Jesus sie liebt. Sie hat zugegeben, dass sie eine Sünderin ist. Und sie glaubte, dass Jesus gekommen ist, um ihr ein neues Leben zu geben. sie nahm das durch Glauben an, für sich in Anspruch und hat die Lebensprinzipien in ihr Leben übertragen. Als sie diese Prinzipien in ihr Leben aufgenommen hat, hat sie wirklich angefangen sich zu verändern. Anstatt jetzt Liebe von der Tochter zu erwarten, hat sie Liebe dieser Tochter gezeigt. Obwohl der Ehemann sogar eine Affäre mit einer anderen Frau hatte, hat sie einfach Liebe ihm ausgeschüttet. Und der Ehemann hat gesagt, was ist mit dir passiert? Während sie am Telefon gesprochen haben, da war sie ganz demütig und hat einfach sich entschuldigt und hat gezeigt, was Gottes Liebe für sie getan hat. Das hat dazu beigetragen, dass das Herz des Ehemanns besänftigt wurde und Gott hat angefangen, in dieser ganzen Familie zu wirken. Sie hat für ihren Ehemann gebetet und für ihre Tochter gebetet. Der Ehemann hat gesagt, ich komme jetzt nach Australien, um dich zu besuchen. Und als er in Australien ankam, ist derselbe Mann, der auch Sue in den Straßen gefunden hatte, der alte John hat sich auf den Weg gemacht, um diesen Ehemann abzuholen. Der Ehemann war so erstaunt, dass hier Leute sich um einander kümmern. Er war so erstaunt und überrascht, dass Sue sich verändert hatte. Gott hatte sie verändert. Und der Ehemann hat dann diese andere Beziehung aufgegeben und ist zurück zu ihr gekommen. Und die Beziehung auch zwischen der Tochter und der Mutter hat sich dramatisch verbessert. Hast du heute Verlangen nach dieser Veränderung? Diese Veränderung kommt, wenn die Liebe Gottes in deinem Herzen hast, in deinem Leben hast. Es gibt keinen anderen Weg. Du hast vielleicht versucht, dich zu verändern. Vielleicht bist du wie Sue, die deprimiert ist und voller Depression ist und du nach Veränderung dich sehnst. Vielleicht bist du wie Sue, die deprimiert Dinge ausprobiert hat und geglaubt hat, Geld und Arbeit und Karriere dir vielleicht Freude vermitteln könnten. Heute möchtest du wie Sue zugeben, glauben und in Anspruch nehmen. Du möchtest zugeben, dass du ein Sünder bist. Du brauchst einen Gott. Du glaubst, dass er gekommen ist, dass Jesus nur für dich gekommen ist. Und du möchtest diese Verheißung, dieses Versprechen in Anspruch nehmen. Das neues Leben, das neue Kraft zum Leben. Dein Leben kommt und ich weiß, du möchtest diese Entscheidung treffen. Lass mich für dich beten. Unser Vater im Himmel, unser Herr Jesus, du kannst jeden in allen Umständen verändern und transformieren. Es gibt nichts, was für dich zu schwer ist. Dein Arm ist lang genug, er ist nicht zu kurz. Vater, du kennst unsere Struggle Herausforderung. Du weißt, was uns niederhält und was uns an der Kette hält. Aber ich weiß, heute haben einige die Entscheidung gefällt, zuzugeben, dass sie die Ketten nicht selbst brechen können. Sie brauchen dich. Danke, dass sie zugeben können, dass sie Sünder sind. Herr, lehre sie auch zu glauben, dass du gekommen bist, um gerade sie zu suchen. Und lehre sie auch in Anspruch zu nehmen, dass sie Kinder sind. Und dass wenn wir deine Kinder sind, dass du uns auch Freude und eine Sinn und eine Kraft zum Leben schenken wirst. Oh Herr, ich möchte dich einfach beten, dass wir jeden Tag dich als unseren Herrn und Erlöser in Anspruch nehmen. Und für diejenigen, die diese Entscheidung auch schon getroffen haben, möchte ich bitten, dass sie jeden Tag in deinem Wort lesen und wundervolle Neuropfade bahnen können. So dass wir Menschen sein können, die deine Liebe anderen demonstrieren. Vor allem zu denen, die um uns herum sind, zu den Menschen, die wir auch gerne haben. Das ist unser Gebet. Im Namen Jesu. Amen. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.